Das Kunststück Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch im Po in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich Revali der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Ha! Das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, hab ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's! Da oben! Moment, ich vergaß! Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch! Ha! 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 Ha